Servus und willkommen bei Outdoor Gear Junkie. Heute soll es mal um ein Gear Loadout gehen. Soll heißen, was habe ich in dem Rucksack drin für eine Mehrtagestour. Es soll sich um ein Gear Loadout handeln, bei dem ich auf mittelpreisige Gegenstände zurückgreife. Es gibt schon viele Gear Loadouts, die so günstig wie möglich sein wollen. Es gibt natürlich auch die High-End Gear Loadouts. Das wird vermutlich auch noch kommen von mir. Aber hier soll es um das mittelpreisige Segment sich handeln. Ich bin nicht so ein Freund, der sagt, so günstig wie möglich. Ja, natürlich sollte man auf den Preis achten. Aber ich will auch was Gescheites dabei haben. Ich will einen Rucksack dabei haben, der leicht ist, aber der auch bequem ist. Ich will Ausrüstung dabei haben, auf die ich mich verlassen kann. Und darum soll es heute gehen. Bitte versteht das ein bisschen so, wie ich schlage euch Möglichkeiten vor. Das ist nicht der weisheitsletzter Schluss. So heißen, das sind Vorschläge. Ich mich würde tatsächlich auch interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht sogar bessere Vorschläge habt. Und jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Wir fangen erst mal von außen an und arbeiten uns dann langsam nach drinnen vor. Erstmal zu den harten Fakten. Wir haben ungefähr ein Basisgewicht von 5800 Gramm. Ein bisschen weniger. Und der Preis ungefähr dafür ist 1450 Euro. Gut, dann fangen wir mal an. Das ist der Osprey Exos 48, wie ihr seht. Der hat ein Gewicht von ungefähr 1100 Gramm. Ich werde euch alle Gewichte und die Preise ungefähr einblenden. Das Tolle an dem Rucksack ist, er trägt sich einfach wunderbar. Das ist einer der Rucksäcke, wie ich finde, mit dem besten Tragesystem, mit dem angenehmsten Tragesystem. Mit dem habe ich zum Beispiel schon den Peaks of the Balkans gemacht, über mehrere Tage hinweg. Und ich spüre das Gewicht kaum. Also wunderbar. Auch noch belüftet. Perfekt. Wenn ich jetzt hier sogar die Kappe runter machen kann. Soll heißen, der wird noch leichter. Hier ist sogar noch eine Flappe, dass man den noch leichter machen kann. Das ist sehr super. Soll heißen, das braucht man nicht. Wenn man sich gut hier drin organisiert, alles in Ordnung. Gut, was haben wir denn dann weiter? Hier, der Katatyn Filter von Katatyn, der BeFree, 0,6 Liter. Finde ich sehr gut. Preis-Leistungs-Verhältnis auch sehr gut in Ordnung. Dann zwei Flaschen. Wiegen insgesamt 44 Gramm. Ziemlich vernachlässigbar. Man braucht eigentlich nicht mehr. Dann eine Schaufel. Wenn man sich mal erleichtern muss, dass der Vago Titan hat um die 28 Gramm. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Dann von Compadel. Das sind Carbon Stöcke. Das sind die Cloud C3. Ich finde wunderbare Stöcke. Für das sind sie sehr leicht. Sie haben verlängerte Korkgriffe. Sind ausziehbar. Darauf komme ich noch später zu sprechen. Brauche ich für mein Zelt. Das Zelt, was ich euch hier vorschlagen will, ist ein nicht freistehendes Zelt, was mit den Stöcken aufgebaut werden muss. Dann hier der Löffel. Das ist ein Titanenlöffel von Optimus. Ich fand es wichtig, dass hier das eine glatte Fläche ist. Das ist einfach von der Essenshaptik im Mund angenehmer, als wenn es hier so eine raue Oberfläche ist. Zudem ist es noch leichter zu säubern. Und für mich auch noch recht wichtig, ein langer Griff, um in gefriergetrocknetes Essen reinzukommen in diese Tüten. Dann hier sowas komisches. Schon ein bisschen gebraucht, wie ihr seht. Hat auch schon sehr viele Kilometer hinter sich. Das ist mein Sitzkissen. Ich habe mir hier einfach ein bisschen Schaumstoff bestellt. Habe mir das zusammen geschnitten. Und das ist quasi multifunktional. Eben Sitzkissen hatte ich schon gesagt. Dann verwende ich es auch oder kann man es auch noch als Liege verwenden, als Isomatte. Wenn ich mich mal irgendwo schnell hinlegen will, hier ist ein bisschen stoppiges Gras, aber ist sonst angenehm, breitet man das aus und man kann sich wunderbar hinlegen. Oder als zusätzlicher Schutz für die Isomatte. Oder und auch noch, wenn man den R-Wert, also wenn man ein bisschen Wärme haben will in der Isomatte, dass man das auch noch drunter legt. Verwende ich gleich als Sitzkissen. Ist ein bisschen angenehmer. Gut, dann schauen wir mal rein. Was haben wir da Schönes? Mein S-System. Standard, ein Big Mini. Hier eine 600 Milliliter Tasse aus Titan. Den Standard, ja Standard Kocher, den BRS 3000. Ist günstig, leicht. Man braucht nicht immer was Teures. Ich will hier gar nicht das Teure verwenden oder das Mittelpreisige, sondern es muss gut sein, es muss zuverlässig sein. Und wenn es halt mal zu mittelpreisigen Gegenständen kommt, dann ist das nun mal so. Aber hier, wie gesagt, der kostet um die, wenn überhaupt 20 Euro. Aber zuverlässig, leicht, klein, gut. Und hier in meine Tasse kommt oder kann noch eine Gaskartusche reinkommen, was ich auch noch sehr praktisch finde. Dann ist nämlich alles super schön aufgehoben. Eben aus Titan. Ein bisschen leichter auch noch als Aluminium oder Edelstahl oder sonst dergleichen. Dann von Mountain Equipment die Aerostat Syn 7 in der Größe Regular. Finde ich einfach eine gute Matte. Hat einen R-Wert von 4. Also kann man die auch noch in sehr milde Winter verwenden. Hat, wie der Name schon sagt, eine Dicke von 7 cm. Ist mega bequem. Kostet um die, wenn man den Preis abpasst, um die 135 Euro. Kann sogar hin und wieder ein bisschen günstiger sein, aber auch teurer. Eine super Matratze. Mega bequem, gut isoliert. Super. Und natürlich, es geht leichter und günstiger und so weiter. Die leichten Isomatten, da habe ich ein extra Video gemacht. Das seht ihr hier. Da könnt ihr euch mal durchklicken, was es noch für Isomatten gibt, was ich euch schon vorgestellt habe. Die Nemo Tensor zum Beispiel oder die X-Light. Die werde ich sogar noch vorstellen. Aber da könnt ihr euch, wie gesagt, mal anschauen, was es noch so auf dem Markt gibt. Gut. Dann hier ein Packsack. Ein Packsack muss man nicht verwenden, kann man verwenden. Für mich hat das einen multifunktionalen Gedanken wieder. Ich kann es eben, wie gesagt, als Packsack verwenden, aber ich kann es auch als Kissen verwenden. Diese aufblasbaren Kissen finde ich nicht ganz so angenehm. Was ich immer ganz gerne mache, ist hier meine ganzen Kleidungsstücke reinstecken, so wie Jacke und so weiter. Und das dann eben verschließen und das dann eben als Kissen zu verwenden. Dann mein Poncho von Tata Tonka. Ist ein Super K. Ein bisschen schwerer tatsächlich. Da gibt es auf jeden Fall noch leichtere Varianten. Das Tolle an dem, der geht auf jeden Fall noch gut über den Rucksack drüber. Zum Beispiel gibt es einen von Sea to Summit, den Nano Seal Cape. Das wäre auf jeden Fall eine leichtere Variante. Und damit macht man auch nichts falsch. Ist aber natürlich auch wieder teurer natürlich. Hier in meinem Rucksack, seht ihr, habe ich einen Müllbeutel. Ein bisschen stärkeren Müllbeutel. Kann man in solchen Rollen kaufen. Da sind 20 Stück drin. Abfallsäcke sind schwerer und sie lassen eben kein Wasser rein. Was natürlich eine super Sache ist. Ich bin nicht so ein Fan von so Überziehern für Rucksäcke, weil die ganzen Nähte sind noch offen und da kann Wasser eindringen. Vorne ein großes Loch, wo auch noch Wasser eindringen kann. Von dem her, ich bin ein Fan von solchen Packsäcken. Kostet nichts, sind leicht, sind super. Dann meine tolle Unterhose von Ortovox. Ich bin ein Fan von Merino. Ich schwitze sehr viel und wenn man längere Zeit ohne Duschen und so weiter unterwegs ist, hält das so ein bisschen den Geruch in Zaum. Hier gibt es natürlich auch noch günstigere Alternativen. Decathlon ist hier natürlich immer eine gute Anlaufstelle. Dann geht es weiter. Eine Stirnlampe. Hier allseits beliebt die Nightcore NU25. Hier gibt es auch schon ein Nachfolgemodell. Das Nachfolgemodell ist ein bisschen leichter, weil hier nicht so ein dickes Band dran ist. Aber hat auch noch den Vorteil, das hat einen USB-C Anschluss. Also das neue Modell. Das alte Modell leider noch, das ein Micro-USB-C Anschluss. 35 Gramm, äh 53 Gramm kann man auf jeden Fall gut machen. Dann geht es weiter. Wie vorhin schon erwähnt, ich bin ein Fan von Merino und deswegen hier auch Merino Socken von Smartwool. Eine Mütze. Tatsächlich von Decathlon. Um die 40 Gramm. Ja, hat mir treue Dienste bisher geleistet. Eine super Sache. Dann hier Patagonia auch immer zu empfehlen. Das ist die Micro-Puff-Jacket von Patagonia. Patagonia im Grunde immer eine gute Verarbeitung. Man kann es zurückschicken und die reparieren es einem. Eine super Sache. Ist mit synthetischer Füllung. Ich finde synthetische Füllung grundsätzlich gut. Ist natürlich ein bisschen schwerer, aber wenn man ein bisschen in feuchteren Gebieten unterwegs ist, macht synthetische Füllung Sinn, weil die immer noch die Wärmeisolierung beibehält oder zumindest nicht stark vermindert wird. Und deswegen hier eben die Micro-Puff-Jacket. Und wenn man eine günstigere Alternative haben will, diesmal hier Down, auch ungefähr das gleiche Gewicht, so um die 270 Gramm, je nach Größe natürlich. Das ist von Decathlon die MT100. Wie gesagt, aus Daune. Ist ungefähr recht baugleich zur Ghost Whisperer von Mountain Hardware. Die Mountain Hardware ist noch teurer. Von dem her, die kostet um die 60, 70 Euro von Decathlon. Die Mountain Hardware über 200 Euro. Aber nimmt sich eigentlich kaum was. Eine sehr gute Alternative von Decathlon, wie gesagt. Gut, dann geht es weiter. Hier eine Laufhose. Da könnt ihr letztendlich jede Art von Laufhose nehmen. Ich habe sie jetzt von Under Armour. Ungefähr nur 100 Gramm. Mir ist es immer ganz wichtig, dass ich Taschen habe. Aber ansonsten könnt ihr da, wie gesagt, sehr frei sein, was ihr da nehmt. Womit ich auch ganz gerne unterwegs bin, ist diese Wanderhose von Decathlon, weil ich hier auch noch Beine ranzippen kann. Was auch immer eine super Sache ist. Macht das alles natürlich ein bisschen schwerer. Gut, wo wir schon bei Decathlon sind. Hier ein Merino-T-Shirt von Decathlon. Super Sache. Und weiter geht's. Wieder ein Merino-Buff und zwar von, ja, von Buff. Wie gesagt, Merino, bin ich ein sehr großer Freund davon. Und wieder ein weiteres Merino-Oberteil, nämlich ein Sun-Hoodie. Ich finde solche Sun-Hoodies super. Sie decken den ganzen Oberkörper ab. Man hat eine Kapuze, soll heißen, hier im Nacken verbrennt man auch nicht, im Gesicht auch nicht. Und sie schützen einen ganzheitlich. Wenn man mehrere Tage in der Sonne unterwegs ist, ist eine super Sache. In Europa sehr, nicht sehr weit verbreitet. In Amerika trägt es jeder Wanderer, um sich vor Sonne zu schützen. Und man muss nicht immer oder man muss sich nicht auf Sonnencreme verlassen oder wenn die alle ist oder sonst dergleichen. Dann geht's weiter. Ein Patagonia Vlies R1. Gehört nicht zu den leichtesten. Ich mag sehr gerne. Es ist nämlich DWR beschichtet, soll heißen, tropft ein bisschen Wasser ab. Wenn man in so Nieselregen ist, mag ich nicht sofort irgendwie Poncho oder sonst dergleichen überziehen. Da schwitze ich immer zu sehr drunter. Da ziehe ich einfach das an und hält mich eben auch trocken. Und eben auch warm. Es gibt auch von Patagonia das R1 Air Vlies. Das ist noch ein bisschen leichter. Vielleicht auch einen Ticken wärmer. Aber ja. Dann geht's weiter in meinen Hygienesackerl. Solche Ziploc Bags wiegen nicht, sind praktisch und kosten auch nichts. Von dem her verwende ich das immer ganz gerne. Hier Mullbindel, wenn man sich mal verletzt hat. Mein Handtuch von Lightload. Da gibt es auch eine Alternative von Sea to Summit. Das habe ich hier irgendwo auch noch. Genau hier Sea to Summit Airline Tower. In der Größe L habe ich es hier. Eine super Sache. Dann Klopapier. Dann hier von Dr. Bronner oder ist es sogar? Ja, das ist das Dr. Bronner 18.1, 16.1. Ich weiß es nicht. Ist letztendlich eine Seife, die verkompostierbar ist. Dann Schmerzmittel. Ihr müsst letztendlich euer Erste-Hilfe-Packer selbst zusammenstellen. Ihr müsst am besten wissen, was ihr braucht. Ob ihr häufig Rückenschmerzen, Kopfschmerzen habt oder was auch immer. Dann eine Zahnbürste. Hier komprimierte Tücher, Taschentücher, aber auch aufs Klo gehen. Wovon ich ein Fan bin zum Zähneputzen sind diese Tabletten. Das ist Zahnpasta letztendlich. Kann man wunderbar abzählen, wie lange man unterwegs ist, wie häufig man seine Zähne putzen will. Wiegt nichts. Abzählbar und super Sache. Dann, was haben wir hier? Mein Schlafsack. Schrägstrich mein Quilt. Von der Firma Lightway. Die machen grundsätzlich sehr leichte Gegenstände. Der kostet um die, ich glaube, ein bisschen weniger als 200 Euro. Das ist der Lightway Sleeper 170 Apex. Warum 170 Apex? Hier ist eine Füllung von 170 Gramm Apex drin. Wem vielleicht ein Quilt noch nicht ein Begriff ist, das ist ein Schlafsack, der hinten nicht, also am Rücken nicht geschlossen ist und der keine Kapuze hat. Warum am Rücken nicht geschlossen? Die Idee dahinter ist, wenn man auf Isolierung liegt, dann bringt einem diese Isolierung nichts, weil die Luftkammern eben zusammengedrückt werden und dadurch die ganze Isolierung verloren geht. Man braucht eine gute Isomatte, wie immer, auch bei einem normalen Schlafsack. Man liegt auf der, man verbindet den Quilt mit der Isomatte und man hat eigentlich keinen Nachteil an Komfort und ist eine super Sache. Hier bei diesem Sleeper Quilt ist tatsächlich, man kann es noch als Wärmeponcho verwenden, hier aufmachen, Kopf reinstecken und man hat noch eine weitere super Wärmeschicht. Wie gesagt, das ist mit Apex gefüllt, soll heißen, mit synthetischem Material, wieder widerstandsfähiger gegen Feuchte. Es gibt noch gute, günstige Alternativen von der Firma Cumulus, die stammen aus Polen und haben sehr gute, oder Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr gute Daunenquilz. Hier ist es leer. Dann das Zelt. Das ist das berühmte Lanschan 1 von 3F UL Gear. Das hat im Internet schon eine gewisse Bekanntheit. Es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach eine super Sache. Andere Zelte kosten gleich um das x-fache mehr, das ist schon von vielen ausgetestet, von mir ausgetestet. Jeder wird bezeugen, dass das eigentlich ein super Zelt ist. Preislich liegt es um die 135 Euro, oder ich habe es zumindest für 135 Euro bekommen. Es ist ein Ein-Personen-Zelt, wird wie gesagt mit Tracking-Stöcken aufgebaut. Dieses Zelt gibt es auch in einer Zwei-Personen-Variante. Dann wird es mit zwei Tracking-Stöcken aufgebaut. Das Zelt wiegt um die 900 Gramm. Also leichter geht es kaum. Vor allem, weil das ein zwei-wandiges Zelt ist. Es gibt noch eine Pro-Variante, die ist geringfügig leichter, ist aber nur ein einwandiges Zelt. Und tendenziell gar nicht so viel besser, weil die Nähte zum Beispiel noch nicht mal versiegelt sind. Müsste man selbst noch machen. Ich bin ein Fan, wie gesagt, von dieser Variante. Allerdings gibt es natürlich auch Leute, die es nicht mögen, ihr Zelt mit Tracking-Stöcken aufzubauen. Dafür gibt es noch andere Alternativen. Von Naturehike zum Beispiel, das Spider für eine Person zum Beispiel. Ein super Zelt. Ich persönlich habe hier dann noch das Naturehike Monga 2, wie der Name schon sagt, für zwei Personen. Das ist natürlich schon wesentlich schwerer. Da sind wir bei guten zwei Kilo. Kann man natürlich auf zwei Personen auch dann gut aufteilen. Das vorhin erwähnte Naturehike Spider ist bei um die 1300 Gramm. Wie gesagt, blende ich euch alles ein. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren ein paar informative Sachen dabei. Ich konnte ein paar Anregungen geben. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Umso besser, wenn ihr dann gleich noch abonniert. Das hilft mir als kleinen Kanal umso mehr. Mich würde, wie gesagt, interessieren, was haltet ihr von der Ausrüstung? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Habt ihr andere Ideen? Wo stimmt ihr vielleicht gar nicht so mit mir überein? Kann ja auch gut und gerne sein. Schreibt mir das, wie gesagt, alles in die Kommentare. Ich bin ja ein Outdoor-Gear-Junkie. Mich interessiert alles, was mit Auto-Ausrüstung zu tun hat. Da interessiert es mich wirklich eure Meinung. Ansonsten, hier links rechts, seht ihr noch weitere Videos von mir. Da könnt ihr euch auch noch durchklicken. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Servus, bis das nächste Mal.